und weiter geht's siehst du wohl durchstarten und tätig abbrechen so das ist ein paar sachen von haben und tätig so da werden netzwerk kompetenten zusammengeschraubt wie großartig du machst die kompetenten die wird natürlich das geht natürlich ratzifazzy er sucht noch aufträge alles klar ich bin gespannt wie unsere video plattform da läuft 30 nutzer 31 nutzer ist natürlich jetzt nicht so großartig wenn ich das denn jetzt marketing technisch ein bisschen in gang schmeiße hier brauchen wir natürlich auch noch ja ich habe auch ein bisschen versagen okay auftrag was sieht es aus wir brauchen auch gott schnittstellen module wir brauchen da zwei stück von hohe dringlichkeit 29 stunden nehmen wir an schnittstellen module die bastel du mal zusammen mein freund so ich bin mal gespannt auf sich das neue produkt ein bisschen wenn man dann gewinnt macht so zwei eine brauche noch halt schon und tätig so und tätig du machst das da so und du machst auf jeden fall hier vorne noch einmal so und tätig wir brauchen wir brauchen auch davon noch neue sachen aber machen wir da noch mal ein von so auftrag die momen abliefern hier 18 etwas sie ist der nachkommen ja so und tätig du kannst man neuen auftrag suchen wenn du schon dabei bist es ist nicht so einfach den richtigen überblick zu halten ja soll macht normaler neuen und tätig alles dauert ein bisschen länger also ich denke mal so bockers mit das stampfen wir ein ich glaube das kriegen wir da nicht mehr gerettet das ist so zu sagen so was von unterirdisch weg wir haben das fehlt uns und hier back end komponente fehlt uns auch haben wir nicht da mittlere dringlichkeit da muss auch ein bisschen was perappen für so 23,5 da haben wir aber knapp verloren also ehrlich wir haben echt knapp verloren miste als wenn er das gerochen hat als wenn er das gerochen hat wie das hier bei uns weitergeht man 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 so wir brauchen eine back end komponente wir sitzen hier aus hosting da mit 10 4,5 ,11 darf man um gottes will wir wollen mal sehen dass wir hier einen mittleren server zusammengebraten kriegen für den apparat hier ich glaub das hier können wir einstampen das geht durch im keller schade eigentlich wäre nicht schlecht gewesen aber ich weiß nicht wo wir das noch wo wir das noch weiter verbessern können abbrechen ich weiß nicht wo wir das noch verbessern können ich habe echt keine ahnung verbesserung startseite könnten wir da vielleicht noch ein bisschen verbessern das wäre noch eine maßnahme aber dafür brauchen wir diese von den links komponente also dass wir sehen ob wir das zustande klappt das gewinnt nicht so richtig gewinnen machen wir mit der ganzen geschichte nicht schade eigentlich so du bist untätig und tätig ist nicht gut du machst da noch mal einfach und du antwort was hast du drin 0 damit keine das müssen wir noch machen mittlere dringlichkeit und das ist die back end komponente nehmen wir doch mal an für 15 ok ok was das fertig dann machst du da zwei stück von würde ich mal sagen und tätig da nochmal das ist natürlich klar dass es nicht so viel gewinnen macht dann brauchen wir davon auf jeden fall und was haben wir davon dann müssen wir auch noch hier haben von sieht es aus eine brauchen wir davon okay und tätig fireball ich weiß gar nicht was haben wir denn jetzt hier für die server was brauchen wir da denn noch für ach da brauchen wir 20 von den dinger ne da haben wir 11 die haben wir fertig müssen wir haben davon zack noch eine mehr glaube ich eine reichte erreicht untätig so warte mal wir schrauben das ein bisschen an hier zwischen marketing technisch da könnten wir banner werbung 5 prozent acht stunden anzeige fünf prozent halb und acht stunden acht stunden denn ist ja das viel günstiger ne bitte anstatt hier 2000 auszurücken e-mail-kampagne kostet auch noch ein 10er zwei prozent halb ist noch weniger oder das hier ist natürlich eine video werbung auf 5000 hallo wir machen das mal hier zack da waren wir die werbung für wir sehen ob das was bringt man sieht keine ahnung schauen wir mal schauen wir mal so ist feierabend oder was oh jetzt feierabend hey tage sind wir zurück wir wollen 381 ist das ein es geht noch weiter nach oben 70 nutzer haben wir jetzt schon da drin aber da fehlen so hunderttausend mehr verbesserung halli hallo das können wir verbessern webzeit plus 10 halb verbessern da bin ich mal gespannt so neue version können wir davon machen könnten wir theoretisch wollen wir aber nicht so aufträge wir haben aufträglich laufen wo das wird aber knapp das ganze glaube ich das habe ich das gefühl das wird knapp hat sich krank gemeldet nein der hat sich krank gemeldet das darf nicht wahr sein ne alter das ist auch nicht ein witz jetzt müssen wir noch jemand einstellen mach kein ärger jetzt echt ach nee wie lange ist denn krank gemeldet mach kein ärger jetzt also sowas ich glaube dann haben wir ein kleines problem abbrechen kost 5000 und tätig aber stopp hier wann ist denn das wird ja nix alter nee das kann ja nie wahr sein den werden wir das werden wir nicht fertig weil das sind alles geschichten die muss er machen das muss er das machen kriegen wir nicht fertig naja kein problem chaos kein problem kein problem ja ich würde mal sagen wir abbrechen dass das das müssen wir dann auch richtig strafe zahlen das muss nicht sein so zack so auftrag suchen und tätig mach mal hier so denn auch untätig das missfällt mir so ich wollte gerade sagen alle lächeln aber nein zwei dazwischen die lächeln nicht so extrem finde ich nicht gut ähm was fehlt uns hier geringe dringlichkeit es fehlt uns Schnittstellenmodule gut die können wir zusammenschrauben das ist kein Problem das hätten wir hin ähm okay 21,6 mal sehen was kommt ne ja ist gut daneben nicht mein gott daneben nicht so zack hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen untätig ach gott des willen was auf hier davon nach was was haben wir denn jetzt hier 152 nutzer das ist erstmal nicht schlecht aber ist nicht das was wir wir brauchen mehr wir brauchen mehr neue version verbesserung startseite hast du die neue version weiter ach wir könnten ja immobilien noch reingehen aber das ist ja nicht das was wir eigentlich das sind nur acht prozent also web ist ja das schlimmste das größte mit 92 prozent mhm aber wir wollen mal in die hostige rein gehen damit wir da noch ein bisschen was wir sparen könnten und zwar die haben wir jetzt fireball haben wir ja da brauchen wir von den anderen vor allem hier noch ein bisschen was ok fireball haben wir da ist 0 prozent also hier vorne vorne haut da rein ähm so so backhand module ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wie sind die anderen mods denn drauf oh 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 ähm aber mein bot ist doch ganz nett ähm was wollte ich jetzt sagen nimm 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 es läuft es läuft warte 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 so ähm wir brauchen glaube ich davon noch mehr ne zack ich glaube das war im hosting es ist rein weg hier vorne die geschichte die läuft die muss laufen ok bling so ich bin gespannt ach nicht schon wieder ok wir haben den ganzen kram 90 aha ähm ähm was haben wir hier mittlere dringlichkeit also mittlere dringlichkeit wir lassen das auf 21 1 2 ja hab ich mir gedacht die machen das ja fast für gerade ist aber ist ja nicht so dass wir das unbedingt dringend müssen also wir brechen da nicht von durch wenn wir das nicht haben so das müssen wir haben so er ist wieder untätig sie auch er auch so das hier und du schraubst nochmal hier vorne was zusammen dann und tätig mh 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 w?.. nmh mh 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 mhher mh 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 left Falls Minist in the Was haben wir denn da? Mittlere Dringlichkeit. Elf Module. Er möchte aber gerne noch ein Backend-Modul haben. Äh, zwei Stück sogar. Jetzt gehen wir mal einen weiter runter. So, mehr gibt's aber nicht. Wie ist denn das geschafft? Schon wieder verloren. Wir sind High-End-Unternehmen. Also bitte, ja. Willig-Kram kriegst du auch beim Nachbarn. Also bitte. So, was haben wir noch? Marketing. Wir können aber ein bisschen hypen. Aber wir wollen noch ein bisschen... Wir müssen... Großen Server. Da fehlen uns, wie gesagt, diese Sachen fehlen uns alle noch. Zack. So. Auf geht's. Zack. Ach nee, abbrechen. So, fertig. Ähm. Mach mal davon noch was. Die brauchen wir sowieso ohne Ende. Warte mal. Ups, warte mal. Hosting brauche ich nicht, sagst du? Das ist doch nur, ähm, Hosting. Zack. Ähm. Stimmt. Ich sehe gerade, hast recht. Da hast du recht. Da hast du recht. Stimmt überhaupt. Hab ich ja gesehen. Aber wenn ich die nicht hätte. Mensch, da wäre ich jetzt aufgeschmissen. Hab ich echt nicht gesehen. La la la. Stimmt eigentlich. Wir müssen aber mehr... Dann müssen wir mehr in Marketing und so Krams rein. Werbung machen. Werbung machen. Ich wollte eigentlich, dass ich die Server-Geschichte... Selber, dass ich die weiter runter drücke. Hm. Also da muss ich mehr in die... Ja, immer. Verbessern. Und in Marketing muss ich mehr machen. Werbung ohne Ende schreiben. Werbung. Wie großartig. Aha. So ist der Hase. Dann brauchen wir gar nicht so ein Grönskram. Siehe ich gerade. Dann müssen wir noch jemanden bei einstellen. Pass mal auf. Hier, pass mal auf. Werbung. 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 Stellen wir mal so einen nochmal ein. Ist ja nicht verkehrt. So. Vertrieb. Vermarkter. Ähm. Zack. Bitteschön. Such mal. Oh, 78%. Na gut. Besser als nix. Auch Kleinvieh macht Mist, ne? Oh, ist keiner mehr da? Alle weg. So. Einstellen. Vertrieb. Vermarkter. Marketing. Einstellen. Vierart. Alter, du bist ja ganz schön teuer, mein Freund. Aber ich hoffe mal, ne? So. Ähm. Zack. Freischalten. Bitteschön. So. Du kannst auch da einfach zu arbeiten. Wenn du morgen hier auftauchst. So. Nächsten Tag. Stimmt überhaupt, Mensch. So, das brauchen wir noch gar nicht. Dann können wir die mal als bisschen. Dann müssen wir die eigentlich wieder ausschmeißen. So hart wie es klingt, ne? Aber dann brauchen wir die gar nicht. Brauchen wir die ja noch gar nicht. Verguckt. Verguckt. Mein Gott. Wir brauchen davon noch eine Komponente. Wir haben aber eine mittlere Dringlichkeit. 20,9. Wir gehen nochmal einen runter für 20,2. So. Haben wir es tatsächlich geschafft? Ich drehe durch. Ne, ne? Wahnsinn. Ist ja irre. So. Pass mal auf. Dann kannst du gleich mal so ein Ding zusammenschrauben. Bitteschön. Mach mal. So denn. Bitteschön. 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 Blick. Ähm, so. Die machst du nochmal. Ne, brauchst du nicht. Ach Gott, die brauche ich gar nicht. Die brauche ich doch entlassen. Sollen wir mal mit einmal. Die werden wir dann mal rauskicken. Ganz dezent. Dann brauchen wir die gar nicht. Was machen wir denn da? Dann brauchen wir eigentlich... Da brauchen wir zweimal von. Hallo. Was machst du denn hier? Sag mal. Davon. Augenblick mal. Augenblick mal. Das haben wir gleich. Ähm. Warte mal hier. Muss ich gucken. Davon. Die Dinger, die sollen gemacht werden. Bestätigen. Mach da mal welche von. Die brauchen vier Stunden. Okay. Dann haben wir 18 Stück von. Die kannst du auch mal mitmachen. So. 48%. Na gut. Es ist Pech. Ich würde mal sagen. Aber den brauchen wir hier. Angestellte. Wir müssen doch mal den ein oder anderen ein bisschen verkürzen hier. Betriebses. Was kostet es denn der Fein? Was kostet es denn der uns? La, 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 la. Gehalt 3 hast du gesehen. Weißt was? Wir müssen aber mal einen von den beiden ein bisschen dezimieren. So. Statistik. 4, 2 hast du nicht gesehen. Ja. Entlassen. Ja. Ja. Tut mir leid. Da brauchen wir die gar nicht. Das ist vollkommen unnütz. Unnütze. Und unnütze Leute brauchen wir nicht. Ne. Ist es also. Ist es hart. Aber. Ja. Die Framework. Die wäre nicht schlecht. Ja stimmt. Da hast du recht. Und ich bin auch am überlegen was das sein könnte. Ich gucke. Ich habe schon hier bei den Angestellten mal durchgelauert. Ähm. Ich denke mal. Es ist hier. Der technische Leiter. Um eigene Produkte erstellen und den Tech-Riesen-Konkurrenz zu machen. Ich glaube das ist der technische Leiter. Ich glaube das ist sowas. Ich habe das Gefühl. Aber ich meine. Sollen wir den einstellen? Wir können ja mal gucken. Technischer Leiter. Ich glaube der kostet das richtig. Der kostet das richtig Asche. Ich habe so das Gefühl. Ich weiß auch nicht was der kann. Was er nicht kann. Keine Ahnung. So. Die haben wir auch mal. Leider entlassen. Es tut mir leid. So. Warte mal. Wir machen kurz auf Pause hier. Pause. Pause. Ähm. Achso wir haben Aufträge hier. Was machen wir auf? Ähm. Da fehlt uns. Oh hier. Die Dinger müssen gemacht werden. Noch 42 Stunden. Hey. Freut der Sonne. Na du machst davon noch ein bisschen was? Ist denn nicht so schlimm? Oh. Was ist hier los? Hallo? 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 Oh. Ne. Ähm. Das muss aber alles gemacht werden. Ähm. Dann könnt ihr. Netzwerkkomponente. Was hast du? Gehst du mal in den Urlaub? Ja. Ich schicke dich erstmal in den Urlaub. So. Du bist untätig? Du machst mal das hier. Ich glaube wie gesagt es ist ähm. Stopp. 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 Auf. Nein. Aufträge nicht. Ähm. Da. Zack. Management. Technischer Leiter. Ich glaube das ist so ein Handsdampf. Den wir brauchen dafür. Das testen wir einfach mal. Pass mal. Wir testen das mal. So. Pass mal auf. Einstellen. Zack. Ich weiß auch was hat er gekostet. Ich hab gar nicht gesehen was er gekostet hat. Oh mein Gott. 5, 7. Alter. So pass mal auf. Den haben wir jetzt hier drin. Frameworks. Da ist er. Der macht Frameworks. Da macht er die Frameworks. Richtig großartig. Features. Login Systeme. Startseite. Login Systeme. Kommentarfunktion. Forschung. Er forscht hier. Das ist unser Forschungshandsdampf. Ich werde zum Tier. Mhm. Features werden für die Erstellung von Produkten gebraucht. Du brauchst alle erforderlichen Module und Komponenten um ein Feature erforschen zu können. Wir haben alle Komponenten. Haben wir alle Sachen da? Haben wir nicht. Ne. Das hätte ich aber nicht. Wäre natürlich jetzt super wenn wir es hätten. Aber haben wir nicht. Ne. Das sah gerade so aus. Das hätten wir. Gut hier oben. Das hätten wir. Startseite. Die haben wir schon mal. Login System. Oh Gott. Ich drehe durch. Ein Framework. Nitrosoft Plattform 2005. Okay oder Kute. Was haben wir hier? 2008. Okay. Was haben wir denn noch für eine Sache? Ich weiß gar nicht was hier der Vorteil und Nachteil ist. Lizenzkosten. 98. Oh. Die Kohle haben wir nicht. Da kannst du schon mal flicken. Oh. Was war noch? Da war noch irgendwas mehr. Wo war das hier? 50.000. 48.000. Hier. 240.000. Klar. Na ja. Wir nehmen die alte Version her. Oh ja. 6.000. Ich glaube so ein Framework wäre auch nicht mehr schlecht, wenn wir sowas erforschen. Status. Framework erhöht die Anzahl der Features, die in einem Release enthalten sein können. Das Framework bestimmt auch die maximale Level, das maximale Level eines Features. Oh, das warte ich mir holen. Sollen wir das mal machen? Wie gesagt, ich kenne mich da nicht was. Keine Ahnung. Also. Das muss jetzt nicht irgendwas irreteures sein. Wir können ja mal versuchen jetzt diesen, da. Diesen Qt Framework. 1.0. Forschung. Zack. Das forschen wir mal. Mal gucken, was passiert. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Erstmal schnell mit forschen, finde ich. Also sehr schnell mit forschen. Das wundert mich jetzt. Warte mal. Copyright. Schnittstelle. Was haben wir denn noch hier? Was fehlt? Oh, wir haben es alles. Wir haben alle Sachen. Liefern 20.000 Mücken in der Tasche. So. Denne. SOS. Was ist denn hier los? Ja. Ja. Ich würde mal sagen, Freund der Sonne, geh mal in Urlaub. Ja. Zwei Tage Urlaub schicken ist schon nicht schlecht. So. Untätig. So. Bitteschön. So. Warte mal. Warte mal. Zack, zack. Du machst das hier vorne wieder. So. Ich war gespannt, was das ist. Oh. Stopp, stopp, stopp. So. Status 1 von 45. Features. Ach, das kostet es uns jedes Mal. Framework. Cute Framework. Dann hätten wir den doch jetzt da, ne? Oder nicht? Neue Version? Framework? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Nein, nein. Nein, nein. Alles klar. Dann müssten wir erst ein Framework machen. Okay. Ähm. Maximal für jetzt drei Stück. Status 1 von 45. Also 45 Mal müssen wir das haben. Oh, das geht ganz schön in die Coca-Cola, würde ich sagen. Oder? Da müssen wir kurz mal auf den Kontostand achten. Wenn der hier durch ist. Ich glaube, dann zieht er jedes Mal 6.000 ab. Ne, hat er nicht. Die Zer... Ach, das kostet... Muss er 45 Mal erforschen. Okay, was machen wir so? Ach, wir können das gar nicht machen. Uns fehlt ein Manager. Ach, großartig. Na, siehst du wohl. Dann ist das jetzt so... Ach, so, so, so. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Pass mal auf. 5, der kontrolliert die. Und der kontrolliert hier unten, ne? Ja. Vielleicht brauchen wir noch einen Manager. Oh Gott. Hier, die Backend-Komponente. Die ist ganz schön... Die ist ganz schön müde. Ich glaube, die müsste auch mal... Die müsste mal in Urlaub geschickt werden. Sonst drehen sie uns irgendwann durch hier. So. Er ist untätig. So, er kann nochmal das hier machen. Er ist untätig. Zack. Hier vorne. Textgeschichten. So. Untätig. Zack. So. La 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 la. Das läuft wie geschnitten Brot hier. Im Moment. Oder auch nicht. Wie man es nimmt. So. 3 von 45. 45 Mal. Aber ich weiß nicht. Dann entwickeln wir da irgendwas. Und dann ist das totales Verkehrte. Das wäre natürlich eine Katastrophe, ne? So. Warte mal. Stopp mal. Warte mal. Das wollen wir mal ein bisschen automatisieren. Das Ganze hier. Weil das ist ja... Oh. Furchtbar. So. So. Zack. Wir wollen auch mal einen Manager einstellen, glaube ich. Es ist, glaube ich, nötig, dass wir noch einen einstellen. Hm. Vertrieb. Vertriebsleiter. Nein. Hier. Ähm. Nein. Mein Gott. Manager. Zack. So ein bisschen haben. Ähm. Der reicht raus, glaube ich, ne? Der ist kleiner da. Oh, zack. Da ist er. Einstellen. Management. Manager. Zack. Was kostet? Oh. Ich glaube, das ist egal, was wir suchen. Einstellen. So. Zack. Auswählen. Bitte schön. So. Manager. Ermanage. Auf jeden Fall ihn hier. Und die beiden. Dann haben wir die auf durch. Dann haben wir alles geregelt hier. Alles automatisiert. Es läuft automatisch sozusagen jetzt.